Ich glaube, bei dem nehme ich lieber nichts weg. Ich glaube, da habe ich zu viel Angst. Ich würde dem, bei dem das lieber nicht wegnehmen. Da sehe ich schon den Gipfel. Also kann die Grenze nicht mehr so weit sein. Motorprobleme passiert oft. Lola. Night of the Killer Pineapples. So was passiert, nehme ich an. Also hätte ich mir die Kassette jetzt angesehen, hätte er mich erwischt. Das hätte Ärger gegeben. Oh, wir haben Klugheit erlangt. Okay. Oh, bitte lass es nicht mehr so viele sein. Dreistellig wäre gut. Jawohl. Aber es ist komisch, dass man von so weit den Gipfel der Grenze schon sieht. Bei Jared sind wir jetzt auch bei 28%. Und wir haben zwei neue Fähigkeiten jetzt quasi erlernt. Dann fehlt ja nicht mehr viel. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem gleichen Weg wie beim zweiten Teenager. Und das ist mittig in der Nacht. Na hurra. Okay. Oh, die ist hier mal noch angebunden. Wir können dir helfen, ne? Die Sonja, wir können dir echt helfen, ne? Sie quälen die Kinder und wir passen in Gehirnwäsche. Ich sah es. Get the Vankeys from the cops. But you'll need to distract them somehow. Then come back here. Ja, werde ich machen. Zumindest werde ich es versuchen. Ja, versuchen kann man es ja mal. Bei Knacken können wir noch nicht. 45 Prozent, ich habe eine schlechte Angewohnheit. Whatever. Take them and go. Get out of here, kid. Feuer anzünden. Ich brauche noch irgendwas. Öffnen, Schloss knacken. Irgendwas brauche ich noch, um die abzulenken. Oh, was soll ich denn über diesen Funksender? Blablabla. Irgendwas muss ich noch haben, damit ich das anzünden kann. Oder irgendwo rein. Eine Tankstelle anzuzünden, ist vielleicht nicht die beste Idee, die ich haben könnte. Aber. Hm. Kann ja beides noch nicht. Schloss knacken kann ich noch nicht. Mit Feuer anzünden. Keine so gute Idee, aber wie mache ich das denn jetzt? Hm. Können wir hier irgendwas Müll durchsuchen? Wir haben drei Dollar gefunden. Na hurra. Kann ich hier irgendwas? Das ist ja die schäbigste Tankstelle. Nein, Musik wollen wir nicht spielen. Die schäbigste Tankstelle, die ich je gesehen habe. Protestierst du auch? Was ist mit den Bullen? Das ist immer noch dieses, der die Brigaden nehmen. Ich habe hier einen Dollar gewonnen. Also hier kann ich dauernd die Rubbellose machen, aber das bringt ja immer nur ein Dollarchen. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich muss die Aufgabe ja irgendwie lösen, ne? Warte. So, was? Polizei, Gas abzapfen? Kann ich nicht. Wir brauchen noch einen Schlauch oder sowas. Gas abzapfen. Hm. Sind die Gehirne drinne? Das kann ich nicht machen. Ich kann hier einfach nicht helfen, oder? Nix zu sehen, nix zu sehen. Vandalieren. Vandalieren. Ah. Telefonkastenschlüssel gefunden. Und Schlauch gefunden. Aha. So. Dann werden wir jetzt erstmal vom Polizeiauto das Ding abzapfen. Den Sprit. Gas abzapfen. So. Benzinkanister frei. So. Dann gehen wir jetzt mal an den Telefonmast. Schlüssel. Öffnen. Eck. What the? What's going on? What's going on? Does anyone copy? Okay. Die können jetzt auch nicht mehr telefonieren. Woher hat das Kind getroffen? Das Kind getroffen. Woher hat das Kind getroffen? Da kann ich jetzt nicht mehr telefonieren. Mor compartmentalisiin. Oh. Ich werde das nicht sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie komme ich jetzt hier raus? Scheiße! Wie komme ich jetzt hier raus? Ich kann nur rennen, oder? Scheiße! Scheiße! Ich bin auch ganz über... Ich weiß, du wolltest das nicht. Ja, warte. Wir sind noch nicht durch. Ah ja, dem Ölminister da. Ich werde nicht so viel Glück haben. Er wird mich nicht retten. Das war nicht klug gewählt. Aber wir sind augenscheinlich noch nicht verloren. Boah, das hört sich nach Stan und Mitch an. Ah! 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 Oh, sie sind weg, aber sie werden zurück. Und mit Freunden. Glücklich, dass wir ihre Beleidungen unterhalten haben. Check die Van. Die Frau muss in der Mitte sein. Was ist das? Können wir gehen? Wer ist von der Brigade? Machs gut Zoe Wir gehen Und jetzt schnell weg Oder haben wir aber Glück gehabt, nicht wahr? Nicht wahr? Das waren die Brigaden Oh mein Gott Ja, dann werden wir mal weiter latschen, ne? Oder? Walking in my shoes Ja, walken wir mal in my shoes, genau War das nicht hier, wo wir auch die Oh Gott, wer ist das? Was für ein Fehler? Was für ein Fehler? Kein Problem Wenn es zu Bugs geht, Homie hier ist Exterminator numero uno Wer bist du zu? Nicht schweiß, Herr Yu Es ist nur ein Hitchhiker Geh das Computer Ich habe einen Metalldetektor auf dem Check die Gäste nahe der Polen Überprüfe den Boden Should be some hidden keys To open the box And reboot the line Petriacom hides their keys Like a dog hides a bone Tschuld, ich habe die Kassette gefunden Ich habe eine röstige Dose gefunden, ne? Hurra! The key should be somewhere near the pole Telefonkasten geschossen Okay The key should be somewhere near the pole Ja, 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 ja Wir wissen, was ich noch alles finde Let the beeping guide you Oh, in den Piepen bin ich doch You find it yet? The key should be somewhere near the pole Geh mir nicht auf den Sack Ich habe die key schon längst gefunden Ich habe die Dose weggeworfen Kriege dafür eine Errungsschaft The key should be somewhere near the pole Ich habe ihn doch schon längst gefunden I still can't hear you It shouldn't be long now Toil, ich habe auch eine röstige Dose gefunden Thanks, yo! You hear me now? I do, yeah So, as I was gonna say The fake emitters are all in place Should keep those pigs busy for a while Thanks, Alex! Move on the radio, so I put up some fake radio emitters To help the brigades They got an illegal radio broadcast The fake emitters throw the cops off I got it wrong, Alex! Wait, wait, my parents! Sorry, kid, now's not the time We'll talk soon, okay? Promise? Don't hang up! Yo! Press the button again! Oh... Hello? Too late. He's gone. Uh, man Ah, er wollte quasi jetzt mit den Gefallen rausfinden wo seine Eltern, oder was mit seinen Eltern ist ob die jetzt wirklich gestorben sind oder nicht, weil die ja damals mit diesem Dynamit-Boss wohl dabei gewesen sein sollen. Okay, mein Freund. Ich weiß, wer deine Stiefenmutter ist oder deine Adoptionsmutter. Wo ist deine Abtöte? Weiß sie, dass du auf der Straße unterwegs bist? Sie weiß noch sehr viel mehr, mein Freund. Sie weiß noch sehr, sehr viel mehr. Sag, dass es ihr gut ist. Dass es dir gut geht, stimmt. Fangen einfach an zu reden. Sag, dass du genug isst. Du bist noch nicht bereit, zurückzukommen. Frag sie, wie es ihr geht. Das verbindet immer meine Bindung. Sag ihr, dass du bald wieder anrufen wirst. Ja, hab ich doch gerne gemacht. Die Proteste werden immer heftiger. Glaubst du, die Brigaden sind Terroristen? Äh, Menschen sind wegen ihnen gestorben. Sie sind viel zu radikal. Sie haben es getan, und zwar aus gutem Grund. Naja. Wollen wir den Bus nehmen? Ich glaube, ich werde weitergehen. Ich wünsche dir Glück.